Oder Hallo und herzlich Willkommen zu der ersten Wunde GTA 5 online mit den ganzen bekloppten Leute mit den Good Gaming, den TauTau, der Shigo, den Kranz, den Liquid Duck, den Early Boy und den Dalukat. Hallo! Quack! 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 Ist das schlecht oder gut? Doch hab ich! Go go! Starten bevor du da abstürzt! Los Liquid! Du bist unser Horst! Du bist unser Horst! Hast du schon gestartet oder so? Sitzung wird gestartet. Ah ihr habt immer noch das, ok, nicht dass ihr das Spiel wieder einfriert. Ne ne jetzt nicht. Ne wir haben immer noch das. Ah du hast keine getypt Motorräder bitte. Jaja sorry hab ich vergessen. Nur Standard Bikes. Aber es ist doch eh Jump oder? Ja aber trotzdem bist du damit dreimal schneller. Ne eben nicht. Natürlich! Wenn du Geschwindigkeit und Kurve voll hast, nimm einfach die Akuma. Ja ne kannst du ja nicht. Aber die meisten sind noch gar nicht zu hoffen. Also die Akuma ist nicht getunt und hat, da ist sogar das getunte Nemesis schlechter. Als Akuma. Ja du tunest ja auch schlecht. Halt die Schnau... Ach du hast meine eigene oder was? Getunt ist die eigene. Nein das ist nicht deine eigene. Aber wir machen ohne eigene. Das ist ok Early alles gut. Also du darfst auch ne getümte schlechte Akuna nehmen also das ist völlig in Ordnung. Ich hab schon meinen Helm auf vorsichtshalber. Ich habe gedacht das ist hier besser. Also in der Runde ist das besser. LoL, habt ihr das Auto im Hintergrund gesehen was gecrasht ist? Das ist das Laster voll reingefahren! Oh Early ist hinter mir, shit. das ist eine wende oder ein sprung ich habe das mit dem sprung ach scheiße dann hab ich das von dem mutter ich hab's gegen Candy Map nicht oh es geht direkt in die Wildnis Alter Shigo du musst abbiegen Alter Shigo rammt einfach alle vielleicht auch mal bremsen nein ooooh da sind sie alle abgegangen lex das war die Rappe du hast mich am Anfang weggeschaut wer ist das denn hier der Weißlein das kann doch nur Granz sein du bist an dem Checkpoint vorbeigefahren fahr lieber nochmal zurück sehen wir gleich Dreh dich nicht um Granz kann man hier schießen die Strossenmaschine und bist trotzdem so schnell das gibt's ja nicht die Strossenmaschine Strossen Strossen hätte ja auch der Vogel Strossen eingefimpt aber die Dreckige ist gefährlich ooooh ohohohoho boah wer war hinter mir? Early boah beim Sonnenaufgang hier sieht das richtig nach ey wer springt denn da wie so ein Bekloppter mach mal Platz ey boah warum lecktest du so hart bei mir das hast du wirklich nur du aber ich kann ja keine ich bin falsch gefahren was hab ich? ich glaub internetprobleme also du leckst oooohh ja 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 hat geklappt schießt Early ab der hat mich abgedrängt ich hab dir die ab f*** dich ey was ist das eine kack Schrecke wie ihr könnt das alle geschafft haben ich hab's auch nicht geschafft wenn ich über zwei Checkpoints drüber geflogen bin ja das war sehr glücklich schießt du gleich auf nein f*** ich auch ich auch ja wobei schrecklich oh ja ok das bleibt das bedeutet Sieg ich krieg dich wieso kommst du da so schnell oben weg mich da war aber noch ganz gut ich hab zum Glück an dir gesehen wo du gelandet bist was? ja wo sind die Boys? die Strecke ist aber geil eigentlich da vorne ist einer ich seh endlich mal wieder lass mich in Ruhe ich mach dich wir können so einigen dass wir beide TauTau überholen du schubst ihn an oh nooo ja wohl komm schon fahr doch naja wenn Grant sich abstützen würde dann würde es bleiben euer Mann aktionieren ja bleib still man ich bin auch noch hinter euch er muss nicht hin nirgends du musst weg nein ich will nicht sterben oh nein wieso passiert mir sowas immer wieso passiert mir sowas immer wieso passiert mir sowas immer fuck you fuck you fuck you fuck you fuck you du bist über mich gesprungen mann der kommt einfach aufs nichts und nimmt dir ein was soll man das denn schaffen oh Gott oh Leute ey diese Straßenmaschine ist hier so langsam wir müssen oben fahren oh ok das ist ja unfair gewesen ich wusste es nicht wieso ihr habt mich dann umgebracht ihr Bänder alter diese Strecke ist ja wohl nice legt mich am Arsch ist mir egal das ist mir egal warte mal es kommt auch noch Krebs wieso bin ich denn so schnell nein ja ich warte mal ist Krebs vor uns beiden oh was kommt da denn ach so ich dachte du bist vor mir du bist jetzt letzter ey meine Straßenmaschine ist hier viel zu langsam die letzten vier die letzten vier komm schon nicht runterfall oh ehrlich oh hier kommt der Jump oh da vorne ist noch jemand wer ist da vorne stimmt tau tau ist das schieß ihn ab Krebs fahr einfach voll in ihn rein ihr ist dein Jumpt jetzt hier ist der Jump 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 jetzt wie ich wünsche mir Windschappen 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 oh Gott oh Gott gegen das Schild überrascht da sind 2 runtergefallen jajajajaj nein gegen den Baum gefahren ich bin so schlecht ich bin ja viel zu weit geflogen aber viel zu weit nein nein viel zu weit was muss man denn machen jetzt gleich ich hab's auch nicht geschafft die stecke ist richtig ja ja mann aber grad zum schock ey nils motorrad ging auf dem geländestrecke voll ab das war viel schneller als meins ich komm nicht ich komm doch nicht will wie geil wie oh early der sieht gut aus der sieht gut aus der sieht gut aus ich kann das jeder werden oh nein 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 hat jemand den sprung geschafft ja 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 aber dann zeigt er auch die mittelfinger so gut oh 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 ja ich hab's auch geschafft oder nein ich hab' ja jetzt zweiter und dritte und jetzt bist du letzter hahaha hahaha ich stehst im weg mann zweiter zweiter jaaa ich war die ganze zeit letzter im rennen ja ich überhole ali in der luft ich hab ihn in der luft teams fliegt drüber Punktlandung, Rw. Scheiße! Nee, aber nicht mit unserem Motorrad, was wir haben. Habt ihr Glück? Nee, kann man kein Glück, wir kommen nicht bis dahin. Oh, guck mal, irgendjemand fährt so das zurück grad, holt sich von oben an, Schwung. Mach ich auch. Kann noch nicht drauf. Ich geb euren Tipp mit Vollgas durch. Ah, jetzt noch Motorrad abhängig. Craps, ich will jetzt keinen Druck aufbauen, aber ich schau dir... Oh. Boah, das ist im Salto. Ah, David. Wie bitter. Der war richtig knapp einfach. Jawohl, das ist jetzt gut. Ich glaub, meine einzige Chance, das wir schaffen, ist jetzt. Jetzt kommt Craps und Rad. Nee, wegen Windschatten. Nee, du musst in der Luft, versuch mal in der Luft einen Wheelie zu machen. Ich weiß nicht, ob das... Wie macht man überhaupt einen Wheelie? Steuerung. Also so, dass du wirklich mit dem Rad nach unten schaffst. Der Windschatten ist es. Der Windschatten ist es. Da Craps kommt. Der Windschatten? Ich glaub Craps schafft es. Oder? Ah, du flieg drüber! Ach, du hast es geschafft! Geschafft! In der Ego-Perspektive hat's geklappt, ey. Jetzt ist zu weit, ey. Jetzt kommt Nils. Ja, letzter Versuch! Ja klar, geht, das geht, das geht. Ach, ich bringe, Junge! Soll ich... Warte, hier... Der macht den! Vielleicht hast du sogar Fallschirm! Der ist gut, der ist gut! Der ist guuuuut! Der kommt! Oh! Ja, toll! Schade! 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 Also im Zielkopf hätte man schon machen müssen! Ja! Ja! Also Zweiter war das jetzt! Da, du! Gerade so noch geschafft! Aber haben wir alle beim ersten Mal sowas von drüber gefetzt? Ich nicht, ich bin immer zu kurz gespielt! Oh, ich hab Level Up gekriegt! Ja, ich war aber auch noch im... Ich hab ja die Barty und noch im Windshutten von Early die ganze Strecke! Ich hab's auch mit dem Wheelie probiert, das hat funktioniert! Ne, da war ich viel zu weit geflohen! Ja, okay, Good Gaming, let's da noch! Ah, Krebs, du hast die gleiche wie ich! Ja, die Limits ist ziemlich! Freier Modus! Ja, freier Modus! Aber jetzt komm ich bestimmt nicht bei euch mit rein! Und Chico einladen! Warum nicht? Weil ich ja nicht in der gleichen Lobby war! Mhm, wahrscheinlich! Ganz kurz! Aber ich mach ja eh direkt einen neuen Job auf! Die Lobby ist ja eigentlich egal, geht ja dann um den Job! Ich fand die Schwäcke echt geil, es war sehr spannend! Nee, du bist hier in der Lobby! Da du! Da ist er! Das war ein echt spannendes Rennen! Toll, jetzt steh ich hier mitten in der Wildnis, ey! Wow! Versuch, wir bergauf zu rennen! Geld einfahren! Ey, wo seid ihr denn? Nee, aber du bist hier! Dein Wagen steht hier vor mir! Ja, da ist drin! Ich lau' doch dich grad ein, Chico! Ja, nein, lass! Oh Gott, ich roll hier grad den Berg runter! Wie geil der geht, wenn er den Berg runter geht! Lass mal Geld einzahlen hier! Wir sind bei euch nicht hinunter! Lass mir mal einen! Ja, macht auf! Ich hab euch eingeladen! Ah, danke! Einer fehlt! Nee, nee, Early hat auch ne Einladung bekommen! Einer hat keine Einladung bekommen! Ich hab eine bekommen! Ich hab eine! Chico wieder da? Ich bin dabei! Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht! Einer fehlt! Chico bist da rausgelaufen! Er hat keine Einladung bekommen! Geflogen! Nee, wir waren zu acht, oder? Ach, wir sind acht! Ja, Early! Ja, ja! Oh, gut, wenn wir die Part haben! Was ist denn los mit meinem GTA? Weißt du? Das ist eine Fehler gehoben, die nächste ist da! Juh! Oh, what the fuck! Ja, das ist ja, ich flieg raus! Dann kommt, wenn ich hier die Sitze reinkomme, komme ich wieder in Story Mode! Jetzt ist zu einmal hier so ziemlich reingekommen! Okay! Was war das Porto? Hahaha! Ja, nee, das ist ja auch falsch! Deswegen geht es ja auch nicht! Das war die Einladung für die Lobby! Du musst die, die Handy Einladung! Ja, kann jetzt über den Story Mode? Ja! Ja, kannst du! Eine Minute aus der Zeit! Die Karte dort sieht nach Spaß aus! Wieso kann ich die Karte eigentlich nicht sehen? Leertaste! Nee, steht ja nirgends unten als... Ja, als Host, hast du vielleicht dann andere Möglichkeiten oder so? Wahrscheinlich, ja! Alter, was ist das denn für eine Karte? Hahaha! Die geht irgendwie jeden Weg doppelt und dreifach! Auf jeden Fall! Der hat ja auch einen Grund! Und wir haben klasse Transporter! Eben! Clown Deathrace! Das ist, kennt ihr Twisted Metal? Nee! Nee, kennt ihr nicht! Ich bin da! Ja! Oh! Oh Gott! Deathmatch! Crash! Serie! Na gut! Ah! Mist! Jetzt hab ich's auf Augen! Nee, ich darf versuchen! Also das wird wahrscheinlich so laufen, dass du... Oh! Oh Gott! Oh Gott! Pfff! Eroberos! Oh yeah! Es gibt mir nur eines! Nein, die haben alle angefahren! Ja, ja, ja! Ja, man kann die umstellen, aber es passiert nichts! Ja, genau! Da vorne an der Motorhaube! Boah, da wird's ein bisschen anders! Oh, wow! Oh ja, steckt! Minimal! Nämlich die Crewfarbe, natürlich! Jetzt geht es los! Ja, ich hab im Hypo vor, jetzt hab ich meinen Helm auf, das ist hier... Ey, wie jeder links an der Fresse so ne komische Nab hat! Ja! Also außer Chico! Bei mir siehst du auch nicht! Ich hab auch keine... Ne, das ist einfach nur blauer Fleck! Ah doch! Seht ihr das bei mir? Woher hat man die? Oh nein! Nein! Oh Gott! Das ist die Ge... Die Hupe hab ich auch beim Motorrad, ey! Boah, warum steh ich denn da hinten, Alter? Oh, mach ja, mach ja, mach ja, mach ja! Chico kann so'n Blitzstart machen jetzt! Wie macht man den? Direkt, wenn go ist! Na, ja, du weißt, was das... Alter, wer will das tun? Jawoll! Alter, der... Oh, sauber, danke fürs Anschieben! Ey, schieb uns so aggressiv, ey! Was ist das Clown Deathrace? Ja! Jetzt weiß ich auch warum! Oh! Early! Ich ramm dich gleich in der nächsten Kurve weg, ey! Oh! Ey, muss, ey! Oh! Ey, der Motorradfall! Gebt mir auf den Sack! Oh, fuck it! Alter! Wenn man einmal beschleunigt, ist man glaube ich gut weg, ey! Oh, sorry! Oh, shit! Jetzt kommt man sich voll in die Quere! Nein! Wie die Passanten hier fahren! Das sind die geilste! Du Dreckige 10, bist du Dreck! Das ist das Mountain Deathrace, Erli! Ey, wer hat auf mich geschossen! Oh, shit! Hallo! Tschuldigung, Quentz! Nein, ich hab eingefallen! Wir hatten doch am Anfang gesagt ohne Schießen! Nein, du warst doch einer! Es war so schon wieder! Was, echt? Was von mir? Nein! Wer kommt mir denn jetzt entgegen? Wie geil ist denn die Strecke? Ja, die ist lustig! Echt? Ohne Schießen? Du wusstest nicht, doch! Doch! Mit Schießen, natürlich! Natürlich mit Schießen, wenn man da gewusst hat! Hier liegen immer die Wracks von den Autos! Hab ich nur gesagt, wenn wir denn nicht nochmal auf mich schießen! Entschuldigung! Alter, hier liegen überall Wracks von den Autos! Ja! Ich weiß gar nicht, wie ich schieß, ehrlich gesagt! Es ist so unwitzig, hier ist der Armouder. Das ist so unwitzig! Wie Neil? Sie haben das falsche Auto für die Strecke! Danke! Ja, da muss ich das eigentlich witzig finden! Nein, 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 du nicht! Hier, ich hab noch was für euch! Hurli, hält sich! Hurli, boll! Ich fand das lustig Hurli, nicht schlecht! Oh Gott, ich bin aus meinem Auto gesprungen! Warum das denn? Wie ist denn das passiert? Wie kann ich denn auf S kommen? Hat er was vornehmen? Ich war leider zu langsam um die Ego-Sicht zu gehören. Achso, dann ist das schön vorne an der Scheibe. Oh verdammt, ist das falsch. Miep, Miep, Miep! Miep, Miep! Oh shit, wer kam denn da mir entgegen? Miep, Miep! Nils, moin! Ich geb dir gleich Miep, Miep, ey! Wo geht's lang, Alter? Ich hab voll ne Kurve ausgelassen, Alter. So richtig. Wer kam denn dagegen, Alibor? Fuck you! Wie geil ist das? Nein! Ich hab da hinten geschossen! Ich vergesse immer wie ich schieße. Mit E, mit E einfach. Also du setzt ins Spiel oder... Ich bin schon wieder rausgesprungen, warum macht er das immer? Weil du F drückst. Ja, aber aus Versehen, wie komm ich da denn hin? Tau, tau, schieb mich an. Es kann auch sein, manchmal springt der auch einfach raus, wenn jemand Giftgas... Hörn! Ey Liquid, du bist aber voll im Weg! Wenn ich jetzt gegen dir verliere... Nein! Was ist da mir los? Ey, wie war das? Der Liquid schießt mich immer ab. Das ist ja wohl ne hodenlose Frechheit, ey. Eine hodenlose? Wer ist das hier? Alter! Ich muss schon lange schauen, Entschuldigung. Ey, weg da! Mach euch voll. Warum bin ich immer letzter? Wie, wir fahren raus aus dem Kreis? Wir fahren raus? Na, das ist ja... Ich fahr wieder rein, ey. Oh, wer kommt denn angejumpt? Oh, da kommt ja jemand entgegen! Wie machst du das, Shigo? Shigo, Alter! Vorsicht! Oh, danke, sauber. Alter, Grant, bleib hier! Du hast dich wieder richtig gedreht! Dran, du Penal! Aufstehen! Wer kam denn da, lieber? Ey, wenn ich jetzt verliere, Early, ne? Early! Komm mal, Early! Ich liebe dich! Wie hoch ich geflogen bin, Alter! Lass mich durch, danke! Das war nicht fertig, wenn er kommt! Da, Lu, ich hab's genau gesehen! Was? Wenn du da stehen geblieben bist... Weg mir! Du... Weg mir mal, ich bin hier! Scheiße! Ich bin falsch gefahren! Ja, ja, aus dem Weg, Alter! Hey, ich wär besser, was zu tun! Ach, Scheiße! Fick dich! Early ist doch ein richtiger Sonntagsfahrer, ey! Du Arschler! Ich hoffe, du bist auch noch mit raufgegangen! Aber ich bin stehen geblieben, leider! Mein Fahrzeug brennt! Ist das was Gutes? Ja! Da musst du irgendwie ihn rammen! Dig, oh, da kommt was! Oh Gott, irgendjemand... Oho! Das ist doch grad gejumpt! Das ist so geil! Nein! Wer hat mich überholt! Craps hat mich überholt! Haha! Oh, hier liegt noch ein Wrack, ey! Oh, ich will... Ich will... Ich will das schon wieder seh, ey! Ich will die Tür schon wieder seh! Oh Gott, ich will endlich in der zweiten Runde! Mit einem anderen Auto wärst du hier besser unterwegs! Daneben! Ja, da war auch im Sprung! Und da ist eine Palme im Weg! Oh fuck, wer... Diese Passanten sind die schlimmsten Fahrzeuge! Ich glaub, ich hab denen mir geholfen! Oh! Hä? Ne, du hast mich nicht getroffen, glaub ich! Und wenn das irgendjemand schon in der zweiten Runde... Oh, da springen sie alle über mich rüber, ey! Boah, Erli! Verpiss dich! Wir müssen alle in der zweiten Runde sein! Weil Erli auch in der zweiten Runde ist! Ja! Aber ich bin siebster! Ich bin immer letzter! Es gibt acht Leute, Erli! Ach Gott, Erli! Ja, ich bin letzter, sag ich ja! Ey, im Sprung zu schießen ist so verdammt schwer! Ja, meine ich ja! Sie sind so links und rechts an mir vorbei, glaub ich! Alter! Jetzt sind zwei Passanten... Oh! Oh, Lackert! Hör dir, ey! Was war das denn? Oh, da flog einer genau! Ey! Oh, shit! Da vorne kommt einer auf dich zu! Da sind die sich so kreuzen! Dark! Dark, hau ab! Hau ab jetzt! Ja, ist ja gut! Jawoll! Gott sei Dank ist er noch gestorben! Ey, wer ist ein Zweiter! Ich hab da gar nicht fortzuschießen, ey! Das war ich hier übrigens, Ich glaub okay! Ja! Hä, Craps? Wo kommst du denn her? Ich bin Erster! Du bist Erster? Nicht mehr! Haha! Wie bin ich denn jetzt Dritter? Nicht mit mir! Hoooooooh! Vorsicht Craps! Wie geil, ey! Wie geil, ey! Wer hängt denn da? Ist das Nils? Hä, aber wer ist denn Zweiter Craps? Wenn du grad Erster warst, da war doch keiner mehr vor mir! Ich bin jetzt Zweiter! Ah, okay! Ich war ja eigentlich die ganze Zeit Erster! Aber jetzt... Jaaaaaa! Wie geil hast du da? Wie geil hast du da? Nein! Ich häng ihr Face-Flighter! Nein! Die Ampel, Alter! Hast du's gesehen Craps? Ja, hab's ja eigentlich! Du hast die Ampel umgefahren, die hat mich hochgedrängt! Ich war genau, ich hatte mehr Speed drauf, ey! Geil! Die Ampel hat mich ausgedrückt! Das ist so geil, ey! Ich wusste gar nicht, dass Craps die ganze Zeit so gut gefahren war vor mir! Hä, nein! Ich hab den Punkt verpasst! Krass, ne? Ich war fehlerfrei eigentlich! Ich bin fünfmal gestorben und war noch Erster und dann auf einmal war Craps vor mir! Ja, wohl, ich bin auf einmal! Ja, ich bin auch ein paar Mal gestorben! Liquid hat bestimmt sich das Auto getunt, eigentlich! Ja, auf jeden Fall! Hä, wir hatten grad da Dinge in die Luft geschossen! Nein! Was ist denn hier? Early Bomb! Ich guck mal, was Early macht, Leute! Ich guck mal, was Dalu macht! Ich muss erst zu meinem Auto! Du Arschloch! Du Arschloch! Oh, da scheitert man zu Early und der brennt! Ja! Nils, nicht aussteigen! Nils! Du Arschloch! Oh, Early, denkst du dir! Also zwei Meter ist er schon weit gekommen! Oh, das ist dir! Nein! Was ist passiert? Was ist passiert? Ich hab ihm einen Headshot gegeben mit der Pistole! Und da ist das Ziel! Tau, Tau, ey! Okay, Tau, Tau! Ich krieg dich noch! It's all Leals, ne? Ja, du wolltest! Fuck! Oh, das war schön! So ein Quatsch-Rennen, ey! Da ist Early! Ich fand das geil, wenn alle so unterschiedlich weit waren, dass sie sich immer auf diesen Kreuzugeln... Ja, ja! Gut gemacht, Early! Lenkt mich! Ich sag euch, warum ich gewonnen habe! Ich hatte nämlich meinen Helm auf! Nein, du hast eine Straßenlaterne umgekickt! Deswegen hast du gewonnen! Ich hab die Straßenlaterne getroffen und die hat... Ja, in der letzten Phase! Die hat liquid in die Luft befördert! Was ich auch gerne finde, ist, dass die Autoprax da liegen bleiben! Ja, ey, ich fand das... Ich fand das Rennen saulustig, Mann! Vor allem auch dieses Kreuz und Quer! Dann kommen die Leute schon von der Seite entgegen! Die beste Runde! Die beste Runde hab ich gefahren! Ja, das kann ich nicht mehr weg eigentlich machen! Sorry! Und dann trotzdem dritter... Ich hab's geteasliked in hier! Ich hab's gut gemacht! Ich hab's gut gemacht! Genau, dann lass mal Chico jetzt erst in die Online-Lobby einladen! Ja! Oh Gott, hier ist richtig viel Chip grad! Oh ja, Early ist auch nicht drin! Oh ja, Early ist auch nicht drin! Boah, ich kann's jetzt Chico eingeladen! Ja, ich hab's Chico eingeladen und jetzt auch Early nochmal! Boah, ich bin jetzt am Arsch! Wer ist das gewesen? Ich! Achso, na, deswegen hätt ich auch denken können! Weil du halt so geruckelt hast wieder! Was hab ich? Wieder so ein bisschen gelaggt! Ja, tue ich irgendwie die ganze Zeit hier! Ich bin beim Maskenladen! Maskenladen! bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! obne es nicht in der vielleichte Pier quell! Bis zum nächsten Mal.